Ich hätte gedacht, dass die noch irgendwie wiederkommt, aber nö. Kapitel 13. Opfer. Ey, du Opfer. Mammut? Dort. Da ist der Bus gerade abgestürzt. Können wir uns heilen? Müssen wir uns heilen? Ja, kann man machen, dann kann man das mitnehmen. So, was haben wir hier noch Feines? Wir haben hier was. Von irgendwas werde ich hier schon fast wieder gesucht. Brain Energy, ne? Beste. Sowas hätte ich gern. Energie fürs Gehirn. Was empfinde ich jetzt hier schon wieder? Das ist eine Kiste. Die mache ich doch gerne kaputt. Sonst ist hier jetzt nicht so viel. Was ist das? Kann ich nicht genau lesen. Sieht doch aus wie eine Anleitung zum Telefonieren. Sind wir wieder hier? Gut. Oh, da? Sie ist bestimmt nicht mehr da. Gut, gucken wir mal, was haben wir hier. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 1. September 2012. Maya ist weg. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von ihr gehört. Ich habe es den anderen erzählt, aber die halten mich für verrückt. Ihr Auto, ihr Computer und einige ihrer Sachen sind fort. Keine Anzeichen vom falschen Spiel. Alle glauben, dass sie mich verlassen hat. Sie reden über meine Trickerei, als ob die etwas mit mir aus Verschwinden zu tun hätte. Sie verhalten sich auch nicht so, als wäre sie verschwunden. Sie beinahmen mich, als wäre ich schuld, dass sie mich verlassen hat. Aber ich weiß, das hatte sie nicht. Jemand hat sie mitgenommen. Sie war irgendetwas auf der Spur. Aber was? Keine Ahnung. Sollen wir doch nochmal durchgehen? Streichhölz können wir eh nicht mitnehmen. Machen wir mal. Mit dieser Orwo-Musik. Okay. Vielleicht passiert ja jetzt hier wieder irgendwas Schönes. Oder es gibt irgendwelche Nachrichten. Sind ja keine Geister. Haben wir eigentlich einen Schlüssel? Ihr letzter Besuch ist... Mein letzter Besuch ist gar nicht so weit her. Anwesen brennt ab. Jahrhundertealte ist Anwesen abgebrannt. Irgendwie brennt hier alles ab. Verdacht auf Brandstiftung. Das Victoriano-Anwesen ist vollständig abgebrannt. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Der Aufenthalt zu Ort des zurückgezogenen lebenden Besitzers ist unbekannt. Also das Gebäude von Ruvik, sein Elternhaus, ist komplett abgebrannt. Wieso, was, warum, weiß man nicht. Aber bestimmt für diese doofen Menschen. Und wir haben keinen Schlüssel. Okay. Hätte jetzt sein können. Wie viel Gehirnwasser haben wir? Können wir da irgendwie was killen hier? Oder nicht? Oder vielleicht? Oder eventuell? Schauen wir mal. 6.950 Ja, kann man bestimmt irgendwas machen. Was haben wir denn für eines? Nix, 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 nix. Nix. Mit dem hier. Hier finden wir sowieso so wenig Munition dafür. Machen wir mal Schaden für das. Nein, Schaden eher für die Schrotflinte. Da habe ich glaube ich mehr von. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. Nachladegeschwindigkeit. So. Das reicht fürs Erste. Damit wir mit der Schrotflinte nicht so lange nachladen müssen. So, sprechen wir hier bei ihr nochmal ab. So, und dann. Auf zurück. In den Albtraum. Wow. Wir sind wieder da. Hurra. Und gehen wir hier mal vorsichtig runter. Was ist das jetzt? Warum ist das jetzt rot und nicht mehr grün? Na, klasse. Na, halleluja. Na, dann auch. Sammel ein. Ah. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass ich da irgendwie durchkomme, wenn es halt nicht tropft. Aber so, nee. Hm. Gut, dass wir vorab gespeichert haben. Kaputschießen ist keine Option. Lade nach. Nein. Nein. Ist das Säure? Nein, es sieht nur so aus. Auch nicht. Auch nicht. Ich verballere jetzt hier so viel Zeug. Aber halt, weil ich auch nicht weiß, wie ich da genau... Nee. Also es klappt wirklich nicht halt, wenn du da durchläufst, wenn es halt gerade nicht tropft. Dann muss es einen anderen Weg geben. Aber welchen? Ist hier sonst irgendwas in der Nähe? Hier haben wir eine Kiste. Ist aber nichts drin. Nein, es sieht nur so aus. Die Cola können wir nicht drüber kippen. Wäre genau so eine Säure. Ah. Boah, braucht aber ganz schön lange für. So, das heißt... Jetzt kann man da vernünftig durch, ja? Kann man da noch Teile einsammeln? Nö. Gut. Dann nicht. Krass, wir lassen das alles ein. Hier, wir Stacheldraht zauern direkt an der Tür. Kann man auch nicht öffnen dann, ne? Obwohl es ja nur um die Tür ist, nicht um alles herum. Aber nö. Die Fantasie. Na, da muss man ja mal hinkommen. Das ist vielleicht ein weiter Weg, du. Okay. Okay. Nehmen wir mal irgendwas. Soll ich das kaputt schießen? Ja. Dann nehmen wir mal die vorgefertigte Leiter hier. Extra für solche Fälle, falls die Abenteurer vorbeikommen wollen und sowas. Wow. Natürlich geht er dann halt auch sehr langsam runter. Such dir einen anderen Weg. Ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Wieso habe ich den Weg dann vorher nicht gesehen? Wieso kann ich nicht einfach auch den Weg gehen, den er geht? Den einfachen Weg? Hm? Scheiße. Ja. Ja. So wie immer. Irgendwo hier ist so ein Penner. Oh nein. Nein. Nicht der schon wieder. Ich habe ihn doch gar nicht vermisst. Ah, Mr. Safety Guy. Kontrollpunkt. Am wenigsten etwas. Er ist dadurchs Feuer gegangen. Das ist gut. Hey, du da. Komm mal her, hier. Habe, boom. Ups. Ja, gut. Falsches Boom. Das ist das richtige Boom. So, nehmen wir alles mit, was wir hier so haben. Da ist aber leere Schublade. Dann mal nachladen. Ach, ist schon nachgeladen. Okay. Gut. Keine Säurefalle und sonstiges. Ruvik? Ach, wieder so möchte ich an Ruvik. Bleib unten. Oh nein. Ach so. Ich dachte schon, jetzt kommt ein unsichtbarer Zombie. Aber nee. Der ist nur ein normaler Zombie, mit dem er das ungedingst hat. Und hier müssen wir halt von der anderen Seite ankommen. Weil von der Seite hier können wir es nicht deaktivieren, das ganze Gedönsdingens. Okay. Ich finde es zumindest gut, dass hier jetzt hier nicht mehr so viele unsichtbaren Zombies kommen. Die zum Glück gar nicht nervig waren oder sowas. Nein. Hallo. Ach, da ist einer. Okay. Reißte nicht gleich aus. Ja, also wirklich. Muss nicht sein. Hier, verbrennen mal. Ach, da kommt einer an. Ja, das ist okay. Dann verbrennen wir den auch mal schnell. Munition sparen und so. Gib mir, was du getroppt hast. Und dann mal gucken. Ist nichts Sammelbares drin. Telefon, das immer noch keiner braucht. Telefone gibt es hier in Massen. Aber nicht Munition. So, dann deaktivieren wir mal die Säurefalle. Und dann können wir hier das Vermöchtigen, wo wir hier alles aufsammeln. Und mitnehmen hier. 1000 Gehirnwasser. Ist nicht verkehrt. Hier ist nix. Da hinten ist eine Säurefalle. Da ist ein Zombie. Sagen wir erstmal hier hallo zum Zombie. Natürlich immer verballern. Wupp. Und plopp. Nein. Fug. Aber ich muss mir schon ein bisschen weniger heilen als normalerweise. als zum Anfang des Spiels. Natürlich. Er kann da mitten in der Säurefalle rumstehen. Das ist gar kein Problem. Natürlich. Soviel zum Thema. Nutze die Fallen zu deinem Vorteil. So, hier. Er hat nix getroppt. Leider. Hier ist ne Bärenfalle drin. Ist hier ne Menge Zeug. Irgendwie auch nicht so viel. Aber besser haben, was du haben kannst, ne? Gut. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Schon kommt gleich Mr. Mr. Ich hab nen Kasten auf dem Kopf. Aber bevor wir hier weiter gehen und die Falle dort unten entschärfen und ich weiß nicht was noch alles mal, eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.